Im Start war ich gefühlt schon eine Stunde hinten, es ist natürlich ein bisschen peinlich, dass ich da so viel Zeit verliere. Rotor? Ich muss mich auch nicht gut antachten, mir wäre es nicht so schlecht vorkommen, aber ich muss analysieren. Im Mittelteil muss ich einfach mehr kämpfen und dann noch gegen die Spuren angefahren ist natürlich nicht die optimale Kombination.